Das ist Stars Inside, die Feedback-Community von Mercedes-Benz. Und das sind Petra und Christian. Die beiden arbeiten für Mercedes-Benz und hatten eine Vision. Eine Plattform, in der alle zusammenkommen, die gern mit ihrer Meinung etwas bewegen wollen. Das sind Pia, Steffi und Sandra von TNS. Sie haben Petra und Christian geholfen, aus der Vision Realität zu machen. Mittlerweile sind wir schon mehrere tausend Personen, die über verschiedenste Autothemen diskutieren. Es gibt sogar ein eigenes Forum für besonders zukunftsweisende Themen, in denen ihr kreativ die Zukunft gestalten dürft und auch Bereiche für Elektrofahrer. Wir alle haben eins gemeinsam. Spaß daran, über Themen rund ums Automobil zu diskutieren. Mit unserem Rad wollen wir Mercedes-Benz helfen, die Autos und Services immer weiter zu verbessern. Dazu müsst ihr aber nicht unbedingt einen Mercedes-Benz oder ein Elektrofahrzeug fahren. Bei uns gibt es auch viele Fahrer anderer Marken und Nutzer von Mobilitätsdienstleistungen. Wir bieten euch immer wieder Gelegenheiten, direkt mit Mercedes-Benz in Kontakt zu treten. Du möchtest bei Stars Insight mitmachen? Dann fülle jetzt unseren Fragebogen auf www.stars-insight.com aus und zeige uns, für welche Themen du Experte bist. Mach die Community zu deinem persönlichen Netzwerk für Automobilthemen. Finde Gleichgesinnte, folge ihren Beiträgen, erstelle Diskussionen und informiere dich über die Entwicklung bei Mercedes-Benz. Sag uns deine Meinung zu neuen Fahrzeugen, sprich mit uns über neue Dienste und Services, bewerte Werbekampagnen und entwickle neue Ideen. In regelmäßigen Abständen laden wir dich zu Hotspots ein. Das sind Themenwochen mit besonders spannenden Diskussionen, kurzen Umfragen und kreativen Wettbewerben. Du willst Sterne nicht nur sehen, sondern auch mitgestalten? Dann werde jetzt Teil von Stars Insight. Und dann werde ich noch ein paar Mal sehen, wie wir hier sehen, wie wir hier sehen. Vielen Dank.